hallo leute ja wir sind hier in unserem lager und ja es ist zu heiß das haben wir letzt mal festgestellt draußen sind 42 grad und drinnen sind es stand doch da gerade auch 23 grad ich glaube ja das heißt drinnen sind 23 grad okay man muss auch darauf gehen dann sieht man das hier in diesem raum sind es minus 7 grad wie beim ist es hier oben sind es 40 grad das heißt wir müssten mal gucken dass hier die kühlung mit reingeht wenn diese sieben grad hier sind das wäre schon sie nicht dass die klimaanlage dann für alle gilt und nicht nur für hier unten dann müsste man sich hier noch vielleicht durch buddeln das müssten wir wohl in der folge dann mal machen ich sag mal ihr schauts logo und wir gehen auf dem großbildschirm so das bedeutet wir werden hier befehle graben gestein abbauen wir können das hier auch gerade noch ein bisschen größer machen diesen vielleicht nein wir können es auch noch so größer machen denke ich mal das wird wahrscheinlich wichtig sein dann sollten wir dann schauen dass die das auch definitiv ja risiko er macht jetzt was entspannt sich sozial willst du es nicht besser drinnen machen dann kriegst du keinen kollaps ja auch oberfläche glätten kann man auch noch machen noch besser aber vielleicht machen wir das erstmal ein bisschen später der hund geht jetzt auch schon rein hatte mal das müsste man damit zu zonen machen die arbeit war das nicht erwartet mal arbeiter war auch noch was das müsste man hier mal manuell einstellen so zum beispiel das feuer wenn vorher kommt muss man das als erstes machen patienten sollten auch als erstes verpflegt werden arzt ist vielleicht auch wichtig bettruhe machen wir mal auf zwei hilfsarbeiten können auf drei bleiben werter lassen wir auch auf drei tierpflege machen wir vielleicht auf zwei auf vier geht auch noch kochen machen wir auch auf zwei jagen ist jetzt noch für mich noch nicht so wichtig bauen ist mit prio eins vielleicht machen wir prior zwei erst und dann müssten wir hilfsarbeiten vielleicht auf vier machen kann man ja auch rechts klicken und dann geht es andersrum ja kann man bettruhe werter tierpflege jagen bauen ist zwei feldarbeit werkbau das machen auf zwei waldarbeit vielleicht auch auf zwei schmieden und schneidern ist drei könnte aber auch vier erst mal sein kunst ist bestimmt vier handwerk ist drei transport drei forschen ist drei reinigen ja das reinigen ist erstmal nicht so wichtig glaube ich glaube das lassen wir mal so stehen so architektur zonen momentan müssten wir jetzt mal eine arbeitszone erstmal rein machen zone verkleinern heimatgebiet erweitern ja erlaubtes gebiet erweitern weiß ich jetzt auch nicht warte mal wie sieht es denn jetzt hier gerade drinnen aus drinnen 43 grad hier ist drinnen 36 grad hier drin ist es 23 grad der dame hier der geht es besser wie unseren leuten das heißt wir werden jetzt wenn wir den durchgang haben hier eine klimaanlage reinbauen oder das macht vielleicht mehr sinn dafür müssten wir aber gucken dass wir strommäßig aber wir brauchen auf jeden fall eine batterie oder windturbine wäre auch noch interessant stromleitung dafür müssen wir forschen für die batterie dann arbeit haben wir schon da versetzen kopie bauen forschertisch aus jetzt bin ich gerade überfragt wie ich zuvor schon komme na super da ist sie doch was haben wir denn da ausgewählt gar nix hier unten ist der scrollbalken sterile materialien recht noch mal der lebensmittelfördung komfort einfache mahlzeit ursache ungefährlich ist unfähiges kochen ok das nicht schlecht nicht gut man muss jetzt kochen können ok das heißt das ist schon mal falsch arbeit kochen aber kochen macht und retron warte mal können alle nicht kochen oder wie sehe ich das können alle nicht kochen kochen war zwei lassen wir zwei dann müssen wir jetzt mit leben wohl was ist mit ihr hier 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 war das so richtig glaube ja ok das hat jetzt schon mal hier geklappt das heißt wir machen da jetzt eine klimaanlage in der strukturen war das nicht möbel sind das oder näher auch nicht temperatur klimaanlage kühlung so rum muss ich die tür dabei erst abreißen geht das und dann müssen wir noch strom dahin lenken das ist das nächste bauplatz ist bereits belegt ok jetzt schlafen sie erstmal so gucken ob das was wird also das essen kann ja schon mal nicht mehr schlecht werden weil hier drinnen sind ja minus 18 grad hier sind es 23 grad in der küche ist es 33 grad und hier oben sind zum glück jetzt auch noch 30 30 grad das heißt es geht erstmal hier haben wir gesagt abreißen und dann muss da die klimaanlage ende hier kann man auch noch weiter ausbauen und wir müssen noch einen boden haben struktur war das ne böden sind hier so erstmal jetzt pennen die können jetzt aber auch mal gerade eine runde schneller schlafen guck mal sie ist jetzt hier schon wieder unterwegs körper ist alles fit naja im gefängnis wie sieht es da jetzt aus rekrutieren ruf gewinnen bei freilassung plus zwölf ne will ich ja nicht freilassen sozial ist es da ist noch nicht gut lass noch mal schneller laufen diesen nachtmensch ne wenn die jetzt schon auf ist so da wird gegessen wir haben auch keinen tisch zum essen oder sowas ne auch nicht gut nachts gegessen ja ganz schlimm ne warte mal wir hatten in der lebensmittelvergiftung wie sind die starke lebensmittelvergiftung naja wie kriegen wir die los keine ahnung wir haben da keine medizin wahrscheinlich für ne mal schneller laufen sie läuft auch langsamer ne meli holt holz und macht erstmal den fußboden das ist ja auch ganz wichtig gerade das wird abgerissen naja so jetzt ist essen nicht mehr da können wir da noch aufgaben machen 1 von 15 steht da noch eine warteschlange hier beim bischen vor der tür die müssen als erstes abernten hier ist auch noch einer sind das denn für tiere alpaka ok da gibt es dann wolle wahrscheinlich von oder genau was in der nähe zum abernten den haben wir schon den strauch das war das blöcke ok das muss erstmal reichen wie sind denn die prios bei ernten feldarbeit ne feldarbeit muss zwei sein das gehört doch zu ernten wahrscheinlich oder was macht denn unsere ernte oh die ist ja schon fertig da müssen wir neu pflanzen sind die schon gepflanzt oder müssen die noch gepflanzt werden reis sieben mal reis haben wir hier sehr schön also eigentlich geht das ne er ist hier schon am arbeiten wer kümmert sich denn um sie jetzt hier mit sozial plus zwölf das war eben noch nicht so viel oder kann er denn jetzt hier auch ach fand kürzlich stadt wo sind die anderen er ist da haben sie ist da ja da er pflanzt reis und sie geht das essen holen und wird dann wahrscheinlich kochen wie kann sie denn kochen medizin kann sie kochen kann sie auch das sind wichtige personen die wir hier kriegen würden gut das ist ja schon mal kaputt ist schon erlaubt das sollte mal jemand dann wegräumen vielleicht und dann hätten wir noch temperatur die klimaanlage da so kann man das priorisieren glaube nicht die leitung sind wohl schon fertig oder noch mal schneller ok er holt holz bringt das wohin einfach nur raus ok noch mal böden mit ihr schick aussieht ja priori sie nicht aber da wird auf jeden fall schon mal was hingetragen das ist schon mal gut noch mal schneller klimaanlage steht müssen wir jetzt nur einstellen oder 11 grad nee das ist zu wenig 20 grad machen wir mal ne was haben wir hier für eine temperatur jetzt drinnen 22 drinnen sehe ich jetzt gerade nicht hier in der küche da 22 ok vielleicht funktioniert das erstmal so wer hatte den dingens die starke vergiftung hatte sieht erstmal gut aus oder 1000 watt leistung wie bleibt das hier 200 das sind 400 watt ok die tür geht zu ja die tür geht zu wie ist hier sozial noch 12 nicht für werte arbeiten zugeteilt ok das heißt das müssen alle machen dann das heißt wegen die erstmal alle und dann priorisiere das gespräch mit mesel also einer nach dem anderen geht nur auch sehr schön so unser reis der wächst dann schon 11 prozent und wie weit ist es hier wenn wir mit 75 aber wir haben ein bisschen reis da ja er kriegt jetzt wieder ein zusammenbruch weil er hier draußen arbeitet das ist nicht schön ich glaube wir müssen noch gestein abbauen und zwar müssten hier mal gerade noch ein bisschen größer machen für dass wir hier noch ein tisch hinkriegen so würde ich das jetzt machen wollen und dann müssen wir nun arbeitsraum haben das gefängnis ist ja eigentlich ziemlich doof mach das mal so und welch macht das schon so wie sieht es jetzt hier aus 18 interaktion fand kürzlich statt ok da haben wir das alle gemacht gut ja dann ist erstmal gut da wird gegessen oder was was ist die denn da gerade kann ich das irgendwo sehen logbuch ich habe jetzt nicht gesehen was die gegessen hat oder nicht der stein muss noch raus aber die hier ist nichts zu essen drin das unser größtes problem kriegen wir dann eine bessere aufgabe hin aber wir haben es ist mit kochen ist schlecht weil ja hier wird jetzt schon geschlafen böden können wir schon mal da ziehen hier ist die temperatur 21 grad das passt schon mal 18 und hier sind es minus 18 ok sind jetzt alle hier mit beschäftigt ist auch erstmal gut läuft ne ja wir müssen gucken dass wir hier auf jeden fall diesen tisch hier steinmetz tisch rein kriegen den forschungstisch rein kriegen das würde ich erstmal hier rein machen wollen dass wir das irgendwie fertig kriegen wer brutzelt retron aber naja das ist jetzt auch nicht so ne die bio kochen zwei wie haben denn die anderen alle so kochen und so ah der ist noch schlechter also kochen zwei ist das schlechteste was wir haben wir müssen sie unbedingt hier bekommen einfach aus dem grunde weil wir dann die chance haben dass wir in der küche haben die vernünftiges essen machen kann kräutermedizin wo ist ungekühlt das heißt das müsste eigentlich hier mit rein ne einstellung einfügen nicht da lager warum ist denn da keine medizin mit ausgewählt ich dachte das wäre so heu hergestellt ist dass das ja ja komm mach mal die ganze medizin da rein da ist das besser bierwürze ok gold holz jade blaßstahl silber stahl uran ich glaube jetzt haben wir es erstmal pflanzen können wir nochmal kurz rein gucken oder ach das waren nur bäume ok dann glaube ich war es das erst die medizin muss halt da rein hier haben wir eine portion essen jetzt nur ne ja das ist schlecht gut die spielen mit dem hufeisen das ist auch nett wir können jetzt gerade hier noch die böden mal auswählen dass das hier noch fertig wird und dann müsste tisch und stühle nachher wenn das hier irgendwie gemacht ist das wird aber dann in der nächsten folge sein ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine woe habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wie ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao die lebensmittelvergiftung ist wohl weg bei Radronne alles klar weiter also das dann ich Untertitelung des ZDF, 2020